Das ist danach Sven, dazu die direkte Nachfrage. Aber Kurs hat sich eben auch schon deutlich absetzen können aus Juliana. Was die Absprung angeht, da oben deutlich höher als Konstantin Schmiede. Du sagst jetzt, es ist jetzt eben so Sven, weil du weißt, dass es wieder anders ist in einigen Tagen. Ansonsten muss man sich ja schon ein paar Sorgen machen, weil die Leistungskurve gerade Richtung Olympia jetzt im Moment ein bisschen nach unten zeigt. Ja, aber es ist einfach geschuldet dem, was ich jetzt die ganze Zeit schon sage. Natürlich möchte ich jetzt nicht rumheulen und die Deutschen ins Schutz nehmen. Aber ich weiß ja, was es bedeutet, wenn du einfach mal in so einem Kreislauf drin bist, wo du, wenn du weiter hier bleibst, nicht rauskommst. Deswegen ist mir wichtig jetzt zu Hause, die werden nichts mit Skifrungen anfangen, die werden nichts angucken und nochmal schauen, wie sie gesprungen sind.